Willkommen bei Outlast. Outlast enthält schwere Gewalt, Blut, sexuelle Inhalte und Kraftausdrücke. Wir wünschen dir viel Spaß. Du schlüpfst in die Rolle von Miles, Absur, einem Enthüllungsjournalisten, dessen professioneller Ehrgeiz ihm eine Reise durch die Hölle auf Erden bescherte. Da du mit Vorliebe Geschichten auf den Grund gehst, um die andere Journalisten einen großen Bogen machen, hast du dich entschlossen, das dunkle Geheimnis im Herzen der Nervenheilanstalt Mount Massive auszudenken. Bleib so lange wie möglich am Leben und halte alles mit der Kamera fest. Du bist kein Kämpfer, um das Grauen in der Nervenheilanstalt Mount Massive zu überleben und der Wahrheit auf die Spur zu kommen, bleibt dir keine andere Wahl, als wegzulaufen, dich zu verstecken oder zu sterben. Ja, das hört sich doch gut an. Da würde ich fast behaupten, da huschen wir mal hin, haben ein wenig Spaß. Outlast ist ein Indie-Game und ich finde, es ist sehr gut gelungen. Die Grafik sieht voll dufter aus. Erstmal hier die Ölanzeigen checken. Oh, der Tank ist fast leer. Da ist ein Nervenheilanstalt. Boah, hätte ich keinen Bock zu arbeiten. Da brennt ja Licht. Es wird noch nicht so lange her. Was ist denn mit dem Radio los? Outlast ist ein Indie-Game und ein Indie-Game. Outlast ist ein Indie-Game und ein Indie-Game. Outlast ist ein Indie-Game. Outlast ist ein Indie-Game. Outlast ist ein Indie-Game. Outft场 ist ein Indie-Game. Non-Daj, nicht so lange herzt vom Motorrad durchsetzen. Nöööö. CONFIDENTIAL. September. Illegale Aktivität beim Mop. Sie kennen mich nicht, muss kurz fassen, werde vielleicht beobachtet. Ich war zwei Wochen lang auf Softwareberater, Blah Keks. System im Mob massive tätig, berechtige gerade Blah. Hälle mit den Kerlen. Schreckliche Blah, nicht gehe Hälfte der Sachen. Doktor Faseln. Etwas traumatisierbar... Batteries! Meine Kamera! Meine GoPro-Hoddy! Yeah! Willkommen auf YouTube! Ruhig bei Splinter Cell! Erstmal aussteigen! Merkwürdig aus! Nein! Aha! Merkwürdig! Merkwürdig! Düm-düm-düm! Hallo! Ist hier jemand? Sind das Militär-Trucks? Sieht aus! Sieht aus wie Militär-Trucks! Egal! Checken wir erstmal! Abgesperrt! Warum wohl? Hey! Ganz gechillt! Cooler Reporter hier! Wir gehen einfach mal durch die Fördertür! Hallo! Wir gehen. Wir gehen. Wir gehen. Wir gehen. Hier geht's. Hallo? Hallo? Eine Leiter führt nach oben. Sie führt mich hinein. Ins Grauen. Es ist ganz normal. Ganz normal dunkel. Kamera mit Nachtsicht. Guck! 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 Hallo? Batteries? Duracell. Guck! Confidential. Not anymore! Also, ich habe nicht vor, alles hier zu lesen. Deswegen werde ich euch ein wenig Zeit geben. Oder ihr drückt einfach auf Pause, was ich besser finde. Ja... Stufe 4 Hormone. Okay. Äh... Sag Hallo zu YouTube! Dann nicht! Ja, leider habe ich keine Facecam. Aber... Egal. Meine schönen Streie werdet ihr bestimmt auch hören. Ja! Wichser! Wieso, da ist ein Ei, da ist ein Kopfhör. Ja! Ja! Okay. Okay. The very... Nice! You can't fight them! Because... You have to hide. You can unlock the main doors... ...from security control! You have to get the fuck out of this terrible place! Danke fürs Update! Oh! What the fuck? What the fuck? Ja! Ich finde das hier cool! Was?! Boah, der ist ja scheiße! Der ist ja scheiße! Ah, mein Kopf! Und wer bist du? Ein Priester! Ich... Ich sehe... ...merciful Gott, du hast mich als Apostel gesetzt. Leuchte mir mit der Scheißlampe nicht ins Gesicht! Leuchte mir mit der Scheißlampe nicht ins Gesicht! Lass man gerade mal ein paar Minuten hier und schon wird man... ...da durchgeworfen! Genau da! Gibt da eine Knarre? Da liegt ne Knarre! Ah, den doch nicht! Ich hab schon Halluzinationen! Ha! Merkauf Corporation! Die neue Playstation! Playstation! Playstation, äh... Playstation 1! Constable Action! Country road! Schöne Information. Finde ich echt super. Das werde ich mir später alles mal durchlesen. Was war denn da? Da war was. Was konnte ich hier? Da konnte ich doch nichts machen. Ähm, da nur... Da, 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 da. Carpidantio. Walker. Männlich. Arzt. Rudolf. Das Brot. Ach, da, redet hier. Na. Alles klar, pabee. Hey mein Lieblings Sender Ich muss alles auf Bann festhalten für YouTube und die Nachwelt Ich bin mal weg Leute, ja, tschau Viel Spaß euch noch WTF, geh weg, nein, nein lass mich los, geh weg Alon Fuckin Bitch Blödes, dummes Arschloch Tokine Das ist es zu Okay, Oliver V. Barron, Clyde Perry, aha, egal, checken wir mal hier die Lage. Die Xbox One. Hast du die Tür geschlossen? Du warst es. Ich weiß es. Look at me. Sieh mich an. Egal, gehen wir mal, gehen wir mal den Sachen dazu. Okay, eh ne, eh ne, eh ne, ich seh dich. Ähm, ja, viel Spaß da drin. Ah, ein Hand. High five. Yeah. Okay. Okay. Okay, dann würde ich mal sagen, man sieht sich. Bis zum nächsten Mal. Ich muss ja hier noch ein paar Erledigungen tätigen. Und tschö. Ich muss ja hier noch ein paar Erledigungen tätigen. Vielen Dank.